In diesem brandneuen Video geben Ihnen die Entwickler einen ungeschminkten und exklusiven Einblick in die aktuelle Version des Spiels. Sie erleben den Hexer Geralt hier in einer Zwergentaverne, wo er sich die Zeit mit einigen Minispielen vertreiben wird. In Vergen, da sind auch der Headman, Cecil Burden und der Innkeeper. Aber sie werden nicht spielen, wenn Sie Ihre Worte tun können. Sie können, wenn Sie uns verletzen können. Show me was Sie können. Me first. Das Würfelpokerspiel kennen wir schon aus dem ersten The Witcher. Hier hat der Spieler die Aufgabe, bestimmte Würfelpaare zu erreichen und die des Gegners zu schlagen. Mit etwas Glück und Geschick lassen sich hier kleine Reichtümer anhäufen, die Geralt dann beim Händler für neue Ausrüstung, Waffen und alchemistische Zutaten ausgeben kann. Wie schon im Vorgängerspiel wird es auch für solche Nebenbeschäftigungen eigene Questreihen geben, die Geralts Ansehen verbessern und ihm Gold, Erfahrungspunkte oder andere Belohnungen einbringen. Wer darauf aber gar keine Lust hat, der kann diese Tätigkeit noch einfach links liegen lassen und sich anderen Aufgaben zuwenden.